Wir sind gerade von unserer Ernte zurückgekommen, dann wollen wir mal schauen, was wir alles geladen haben. Hier haben wir Bud 1. Das ist Bud 2. Pimienta da Neide. Das ist Sempot Barakpor. Hier haben wir Sempot Jona. Und jetzt fehlt noch einer. Der Trinidad Scorpion Budge Tailor. Man kann hier schon sehen, jetzt geht es langsam los mit diesen immer wieder beschriebenen Stingern. Die sind aber, wie ich schon öfter mal berichtet habe, selten und nicht jede Frucht hat diesen Stinger. Ich habe den Eindruck, wenn die Nährstoffe langsam nachlassen, dass dann irgendwann mehr von diesen Formen auftauchen. Aber das werden wir im Laufe des Jahres mal beobachten. Ich komme mit dem personalitiesen Staub zu bewerten. Vielen Dank.